Es freut mich, dass das Inserat das Interesse gefunden hat. Wir sind hier in Bützschwilie, in unserem Ausbildungszentrum, wo wir jährlich ca. 1400 Personen ausbilden, im Bereich der Arbeitssicherheit. Mein Name ist Roberto Raffaeli und wenn du Interesse hast, mehr über den Job zu wissen, dann liest doch bitte den Text, den du auf dieser Webseite findest, oder besser noch kontaktiere den Christoph direkt. Du kannst gleich einen Termin abmachen, direkt auf dieser Webseite. Es würde mich auch freuen, dich persönlich kennenzulernen, damit wir uns austauschen könnten. Ich würde dir sehr gerne weitere Informationen zu einem wirklich sehr interessanten und lässigen Job zu geben. Bis bald!